If you wanna go, then I'll be so lonely, if you're in, baby, let me down, slowly, let me down. Teil 2. Ernsthaft jetzt. Teil 2. Ernsthaft jetzt. In der Zitadelle befindet sich die Extraktionskammer. Wir müssen hindurch und zur Spitze, von der pure Argent-Energie geliefert wird. Direkt nach Erdlet. Na toll. Oh, wenn ich die Leiste schon wieder sehe, ist das schon wieder so dermaussend viel. Okay, da hin als erstes. Ich habe noch einen Bock auf Feuer. Oh, nöllo. Haha. Okay. Okay. Ich will mich jetzt da hinten hin. Scheint. Zwei Krüger habe ich für die hier nicht. Okay. Okay. Okay, vielleicht das Schwert schon wieder sehr graus, was mir jetzt schon... Was ist das da? Gesundheit habe ich max, Munition fehlt dann praktisch nur noch. Ich nehme mich jetzt mit Munition nach oben jetzt. Was? Irgendjemand hat mich hier umschrieben? So. Meine Henkel hat aktuell... äh... jetzt nur weniger als 20 Prozent. Dein Volk ist zum Bleiben bestimmt. Die Seelenquelle für die Welt von Karmeka. Ich versichere dir, das hätte vermieden werden können... mit einer anderen Führung. steigen. Was ist das? Willst du nicht mehr? Was hat das? Wie sieht das? Wie sieht das? Okay. Okay. Ja, das ist. Tschüss. Oh. Gut. Oh. 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 Oh, äh, wo ist das eben? Okay, hier ist los, gib mir den Gnadenstück ober. Okay, cool. Hier ist die Schlangenkasse. So, ich darf auch nicht runterfallen müssen. So, ich darf doch nicht die Arrena ja. Ich weiß, dass die Schlangenkasse, dass die Schlangenkasse. Okay, ich bin jetzt der Schlangenkasse. Oh! so nein nein Schöpfe. Ich muss nur eben Arm abschütteln. Oh! Dann kann ich ja weitergehen. Schön. Ist hier was? Ich glaube ich musste genau da und dort. Es gibt sowieso kein Zurück mehr. Und nicht da noch. Das ist rohe Arzt und Energie. Das Leiden auf Erden. Das Blutbad. Alles hierfür. Nach dem Entzug der Seele wird sich die menschliche Hölle im Laufe der Zeit in die Dämonen verwandeln, die du jetzt bekämpfst. Die entzogene Seele hingegen treibt ihre Welt an. Die Essenz der Hölle. Hm. Die Siele. Die Hüste. Die Hüste. Die Hüste. Die Hüste. Boah, wenig viel von Salz. Ja, och ne, ernsthaft? Wie das so ein Ding hier irgendwo? So wie das hier rum brennt, ja. Bravo. Oh, look. Oh, look. da Ich fahre. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. So. Ach nee, ernsthaft? Vor einer ist jetzt auch da. Das ist ein bisschen selber gestimmt, oder? Ich denke mal, ganz ehrlich, wie ein Gegner macht echt keinen Spaß. Ich denke mal, ganz ehrlich, wie ein Gegner macht. Oh, so eine ist auch noch da. Ja, lecker. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Oh, nein. Oh, nein. so 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 Boah, immer nur kein Treibstoff genug. Hallo? Ja, auch. Ja. 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 Das war's. 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 Das war's.